Ach, sieh nur. Der Himmel über dem Commonwealth. Hätte nie gedacht, dass so etwas Bedrohliches so einladend aussehen könnte. Danke, dass du mich da rausgeholt hast. Klar. Wie hast du mich eigentlich gefunden? Hat doch kaum jemand gewusst, wohin ich gegangen bin. Doch, dein... Das bist du... Ellie. Deine Sekretärin, Ellie. Sie hat mich geschickt. Tatsächlich? Ich sollte wohl ihr Gehalt erhöhen. Also, du hast eine Person erwähnt, die spurlos verschwunden sein soll. Komm in mein Büro in Diamond City. Erzähl mir alles, was du weißt. Außerdem hast du dir die Gelegenheit verdient, dich zu setzen und deine Gedanken zu ordnen. Hm. Nach dir, Nick. Gut. Beeilen wir uns. Folge mir. Yeah, cool. Und einmal speichern. Warte. Falls mir... Ich hab nämlich diesen Trick. Falls die blöden Supermutanten doch noch da sind. Hilft er mir? Dachte ich. Wer so lange wie ich im Commonwealth unterwegs ist, lernt ein paar Dinge. Was war das? Oh. Genau das meine ich. Wo? Au. Oh. Du bist nicht... Ahh! Ow! Wer wird denn hier überall geschossen? Da oben. Wo bist du denn? So. Treffen. Treffen. Schulterverletzung? Na toll. Was bist du denn jetzt? Gerade als ich dachte, man könnte sich doch noch gütlich einigen. Gehen wir weiter? Ja, das wirst du. Ich bin hinter dir. Oh. In diesen alten Gebäuden und Gassen kann man sich gut verstecken. Und Dogmeat, habe ich dich angeschossen? Halt die Augen auf und den Kopf in Bewegung. Es kann schnell brandgefährlich werden. Ja. Das habe ich schon ein paar Mal gemerkt. Da ist einiges los. Aber wenigstens nur traumhafte Nacht habt ihr hier. Also in Sanctuary regnet es immer. Aber gut, dass ich hier nicht alleine unterwegs bin. Und dass ich immer Dogmeat erwische. Das tut mir so leid. Und was haben wir schon? Wir haben schon fünf Stimpecs an den Hund verschwendet. Also nicht verschwendet. Gott bewahre. Nein. Wie? Achso. Es scheint wohl, dass wir jetzt in Sicherheit sind. Weil das war gerade eine Diamond City Wache. Ah, da vorne ist auch der Pfeil. Das ist dieser... Oh. Irgendwo wurde hier geschossen. Bist du? Du bist dran vorbeigelaufen. Okay. Was heißt denn, sind wieder die Schuze? Super Mutanten auch? Okay. Dann gehen wir mal rein. Nick betreffen uns bei dir im Büro, ne? Ah, Klinge. Dann sind wir wieder zurück in Diamond City. Und wir haben Nick Valentine geholt. Das finde ich so super. Schön, dass uns das gelungen ist. Ich dachte eigentlich, wir müssten diese Quest ein bisschen später machen. weil ich einfach Level 13 bin und ich dachte einfach, das wäre noch zu niedrig. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die gerne durch die Spiele durchrauschen, sondern sich wirklich Zeit nehmen und lieber High-Leveliger sind als die anderen. Aber... Naja. War nicht immer optimal, aber wir haben es geschafft, nicht wahr? Ich sag's dir, das ist nicht nur ein Gerücht. University Point, diese Siedlung an der Küste, wurde von Synth ausgelöscht. Aha. Karte aktualisiert. University Point. Was haben wir hier oben denn noch? East City Towns. Downs. Downs. Das ist so krass. Du gehst hier durch die Gegend und kriegst lauter Quests noch dazu. Da kriegt man sowieso niemals hin, sein Quest-Log aufzuräumen oder in Ordnung zu halten. Wenn einem schon alleine die Stadtwache einen anredet und ruft... Erli? Bist du da? Nick? Wie gut. Du bist es wirklich. Tja, diese Visage ist wirklich nicht zu verwechseln. Du lachst dem Tod ins Gesicht, aber eines Tages wird er zurücklachen. Nicht solange ich Freunde habe, die mich unterstützen. Du hast Nick, diese Agentur und meinen Job gerettet. Danke. Klar doch. Wegen meines Falls, gerne doch. Dankeschön. Ja? Du stürzt dich wohl ständig in unheimliche Vorkriegsruinen, richtig? Hier. Hier sind die abgemachten Kronkorken für Suchen. Und ein kleiner Zuschuss. Falls du Arbeit suchst und gern Detektiv spielst, könnte Nick durchaus einen neuen Partner gebrauchen. Hey, ein Fall nach dem anderen, Allie. Wir haben hier jemanden, der vorher unsere Hilfe braucht. Gut, kommen wir zum Geschäft. Setz dich. Mach's dir bequem. Ich sitze schon. Äh. Ja? Nick. Setz dich. Mach's dir gemütlich. Ja, hatte ich doch. Ach, da hinten. Ach, Entschuldigung. Ich saß auf dem falschen Stuhl. Wenn man nach Vermissten sucht, steckt der Teufel im Detail. Erzähl mir alles, egal wie schmerzhaft es ist. Den Mord beschreiben, Volt 111 beschreiben, Entführung beschreiben, Schorn beschreiben. Den Volt 111. Wir waren in einem Volt, als es geschah. Volt 111. Eine Art Kryoanlage. Du warst eingefroren, oder? Und noch wichtiger, du warst im Untergrund. Versiegelt. Viele Hindernisse, um nur eine Person zu entführen. Was kannst du mir noch erzählen? Den Mord. Mein Mann wurde ermordet. Er wollte Schorn beschützen, und dann haben sie ihn einfach. Schon in Ordnung. Du musst nichts mehr sagen. Also, kaltblütige Killer, die aber gewartet haben, bis etwas schief ging, um dann Gewalt anzuwenden. An was erinnerst du dich noch? Da waren ein Mann und eine Frau. Sie sagten nicht viel, aber sie nannten mich den Ersatz. Also, ein kleines Team. Profis. Die wissen, dass man bei Aufträgen nicht viel redet. Keine Ahnung, was der Ersatz bedeutet. An was erinnerst du dich noch? Wir suchen nach meinem Baby, Schorn. Er ist nicht mal ein Jahr alt. Warum sollte ihn jemand entführen? Gute Frage. Warum gerade deine Familie? Und warum ein Kleinkind? Jemand müsste für ihn sorgen. Immerhin ist er noch ein Baby. Da haben wir es. Das war kein Zufall. Wer auch immer dein Kind entführt hat, ging planmäßig vor. Hm. Viele Gruppen im Commonwealth entführen Leute. Raider, Supermutanten, die Gunner. Und natürlich das Institut. Wer sind die Gunner? Erfahrene Söldner. Für die ist kein Job zu brutal. Sie könnten es gewesen sein. Ziehen aber bestimmt nicht die Fäden. Glaubst du, es könnten Raider gewesen sein? Das bezweifle ich. Die können sich nicht mal selbst organisieren. Geschweige denn sowas Kompliziertes hinbekommen. Supermutanten? Wer sind die? Groß, grün, muskelbepackt. Mit anderen Worten, schwer zu übersehen. Die können wir wohl ausschließen. Du glaubst also, das Institut steckt dahinter? Tja, die sind der Buhmann des Commonwealth. Wenn was schief läuft, beschuldigt sie jeder. Ist auch verständlich. Ihre ersten Zünds nehmen ganze Städte auseinander und töten jeden, der im Weg steht. Es gibt auch neue Modelle, fast menschlich. Die Städte infiltrieren und im Hintergrund die Fäden ziehen. Aber niemand weiß, warum sie es tun. Was ihr Plan ist. Oder wo sie sind. Nicht mal ich. Und ich bin selbst ein Zünd. Also, ein ausrangierter Prototyp. Du bist ein Prototyp? Du weißt nichts. Du bist einer genug. Du bist ein Prototyp? Soweit ich weiß, ich habe noch nie einen Zünd wie mich gesehen. Die Älteren sind dumm wie Brot und ganz aus Metall. Die Neueren fast menschlich. Ich bin irgendwo dazwischen. Du weißt nichts über sie? Wirklich? Irgendwelche Sicherheitseinstellungen blockieren die Erinnerungen. Nicht nur bei mir. Jeder Zünd, der auf den Müll kommt, zurückbleibt oder flieht, hat das gleiche Problem. Wahrscheinlich eine Art Sicherung. Lüg mich nicht an, Nick. Du bist einer von ihnen. Sie haben dich gebaut. Ja, kenn ich schon. Du bist ein Freak. Du hast was zu verbergen. Bla, bla, bla. Die Wahrheit ist, wer clever genug ist, mich zu bauen, ist auch clever genug, um seine Spuren zu verwischen. Und arrogant genug, um seinen Müll im Commonwealth abzuladen und sich selbst zu überlassen. Wie auch immer. Ich muss Sean finden. Stimmt. Diese Spekulationen lenken uns nur ab. Konzentrieren wir uns auf das, was du weißt. Wie sahen die Entführer aus? Die Stimme werde ich nie vergessen. Ah, das ist nicht viel. Aber eine harte und autoritäre Stimme kann einen in diesem Geschäft weit bringen. Was noch? Der Kerl, der meinen Mann getötet hat, er trug eine Handfeuerwaffe. Dieses Geräusch. Vielleicht ein großkalibriger Revolver. Ha. Langsam bekomme ich eine Vorstellung von unserem Täter. Kannst du mir noch mehr erzählen? Einer kam ganz nah ran. Er hatte eine Glatze und eine Narbe, die quer über sein linkes Auge ging. Warte. Das kann nicht sein. Du hast nicht etwa den Namen Kellogg gehört? Wer ist das? Glaubst du, er hat Sean? Ah, das wäre ein extremer Zufall. Ellie, was wissen wir über den Fall Kellogg? Die Beschreibung passt. Glatze, Narbe, macht gefährliche Söldnerjobs. Aber niemand weiß, wer sein Auftraggeber ist. Und er hat hier ein Haus gekauft, oder? Hatte er nicht ein Kind dabei? Ja, genau. Das Haus in den verlassenen West-Stands. Der Junge war ungefähr zehn Jahre alt. Er ist in der Stadt? Er wohnt hier? Ist er noch in der Stadt? Beide sind vor einer Weile verschwunden, wenn ich mich recht erinnere. Aber das Haus ist noch da. Schauen wir doch bei Kelloggs letzter Anschrift vorbei. Vielleicht finden wir raus, wohin er verschwunden ist. Die Sicherheit ist dort nicht sehr präsent, daher solltet ihr vorsichtig sein. Das bin ich immer. Okay. Dann folgen wir... Nick. Kellogg. Ja, Mensch, öffne. Lass mich hier raus. Okay, dann werden wir mal gucken, ob wir in dem Haus von Kellogg vielleicht Hinweise entdecken auf Sean. Dank deinem Trenchcoat bin ich jetzt ein bisschen überladen, Junge. Können wir... Ja? Ich weiß nicht, dass Ellie es hört. Ja? Aber dir sollte ich es sagen. Alles, was ich über Kellogg herausgefunden habe, ist schlimm. Er ist mehr als nur ein Söldner. Er ist ein Profi. Schnell, sauber, gründlich. Hat keine Feinde. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Was hab ich denn hier... Pass mal auf, warte mal. Warte mal. Das geht hier gerade gar nicht. Ich bin so voll überladen. Lass mich mal... Wurste denn Schrott loswerden? Okay. Ach ja, Diamond City ist ja in einem Stadion geboppt worden. Cool. Und schönes Wetter haben wir heute mal wieder. Ja, gefällt mir. Da wären wir. Ja? Halt die Augen auf, ja? Ja. Mal sehen, ob ich die aufkriege. Okay. Das ist mal ein Schloss. Weißt du was zu verbergen, Kellogg? Versuch du es doch mal. Abgeschlossen. Hey, Valentine. Dein Glück? Dann müssen wir den Schlüssel finden. Kompliziertes Schloss, oder? Mhm. Siehst du die Plattform da hinten, in der Nähe des Stadtrands? Das ist der Aufzug zum Büro des Bürgermeisters. Mhm. Pack doch dort mal nach. Ich bleibe hier und versuche das Schloss aufzubrechen. Okay. Dann gehen wir jetzt mal zum Bürgermeister. So. Das kann ich doch wieder mit... Wie? Das ist jetzt stillen? Ich hab's doch selber... Scheiße. Ich hab's doch selber da reingetan. Das ist gemein. Das wusste ich nicht, dass wenn ich da... Nein, nervt mich nicht. Nervt mich nicht. Ich hab das Zeug da reingetan, damit ich mal ein bisschen Gewicht... ...leichter werde. Komm. Und dann stille ich mein eigenes Zeug hoch. Docmy! Pass auf, dass du nicht runterfällst. Na? Das ist also Diamonds. Was ist denn hier? Warum kommt der Bürgermeister nicht raus? Hat er Angst vor der Presse? Wenn ich zuletzt die Türkehörer würde, haben er sofort angeratet. Ja, komm. Haben Sie mal daran gedacht, mit etwas leiseren Worten Aufmerksamkeit zu erregen, Herzchen? Und nicht so rumzuschreien? Oh, da muss ich an meinen Artikel über die Affäre des Bürgermeisters mit einer gewissen, hohlköpfigen Blondine denken. Oh, wen haben wir denn da? Hi. Äh, du zuerst. Was machst du hier, Piper? Ich will herausfinden, warum der Bürgermeister sich alle zwei Wochen mit demselben verdächtig aussehenden Kurier trifft. Aus keiner Siedlung, die ich kenne. Nicht von einer Karawane. Kommt und geht, bevor jemand mit ihm reden kann. Hm, vielleicht ein Botenjunge des Instituts? Wenn der Artikel erscheint, wird sich jeder diese Frage stellen. Wenn Sie den Empfang nicht mehr in Beschlag nehmen, Miss Piper, kann sich der Bürgermeister um wichtigere Bürger kümmern. Hm. Ich wollte sowieso gerade gehen. Na gut. Guten Tag. Der Bürgermeister empfängt Besucher, wenn Sie nicht von der Presse sind. Brauchen Sie Hilfe? Äh, ich bräuchte einen Hausverschlüssel. Wer kann mir helfen, wenn ich einen Schlüssel für ein verriegeltes Haus brauche? Wenn Sie ein Haus meinen, das die Stadt beschlagnahmt hat, haben wir nur eins verzeichnet. Mr. Kelloggs altes Haus. Da müssten Sie sich direkt an den Bürgermeister wenden. Kannst du mir helfen? Sarkastisch, es trinkt. Danke. Dann rede ich mit dem Bürgermeister. Er nimmt sich den ganzen Tag über Zeit für Bittsteller. Viel Glück. Okay. Mach keinen Blödsinn, wenn du in der Nähe des Bürgermeisters bist. Nee, nee, keine Sorge. Guten Tag. Ah, ja. Ich erinnere mich. Der Neuzugang. Ich wünschte, ich könnte wie Sie unsere großartige Stadt zum ersten Mal sehen. Was kann ich für Sie tun? Äh, ich bräuchte einen Hausschlüssel. Ich brauche den Schlüssel zu einem Haus in der Stadt. Ich schätze, im Büro des Bürgermeisters gibt es einen Zweitschlüssel. Nun, wir haben nicht für jedes Haus einen Schlüssel. Wo sollten wir die auch alle aufbewahren? Außerdem hat jeder Bürger meiner Stadt ein Recht auf seine Privatsphäre. Falls wir einen Schlüssel hätten, dürfte ich ihn nur dem Besitzer aushändigen. Ganz einfach. Hm. Es ist ein Entführter. Bitte, Bürgermeister McDonough. Dieser Kellogg hat mein Baby entführt. Ich muss ihn finden. Verstehe. Mist. Aber welche Verbrechen dieser Mr. Kellogg auch begangen haben mag. Ihr Wort reicht als Beweis nicht aus. Bestechen? Das war's also? Das war's also? Sie wollen mir nicht helfen? Sicherheit ist das, was Diamond City vor den Streitereien und Missgeschicken des Commonwealth bewahrt. Das kann ich auf keinen Fall aufs Spiel setzen. Äh. Verstehe. Es gibt feste Regeln. Vielleicht lassen die sich für den richtigen Preis etwas aufweichen. Was? Ja. Wie können Sie es wagen? Tut mir leid. Ich bin der Bürgermeister zum Teufel. Nicht irgendein dahergelaufener Schläger. Na gut. Schönen Dank auch. Ich weiß, Sie sind enttäuscht. Aber ich muss an das Wohl aller Bürger von Diamond City denken. Nicht nur an die Bedürfnisse einer Person. Bürgermeister McDonough? Ich schätze, es geht wieder um den Schlüssel? Ja? Tut mir leid. Aber ich kann nicht zulassen, dass Sie unerlaubt ein fremdes Haus durchsuchen. Kannst du mir helfen? Den Schlüssel kann ich Ihnen nicht geben. Warum wollen Sie ihn denn unbedingt haben? Er hat meine... Bitte. Ich will nur mein Baby finden. Der Kerl, den das Haus gehört hat, ist sein Entführer. Ich kenne diese rührseligen Geschichten. Die können Sie sich sparen. Vielleicht können wir uns ja einigen. Ich habe hier zufällig einen Haufen Kronkorken. Ein Geschenk? Für mich? Wie großzügig. Ach, nicht schon wieder. Da lege ich nur einen Schlüssel auf den Schreibtisch und vergesse, ganz ihn dann wieder zurückzulegen. Danke. Dass sie bestechlich ist. Hallo. Ich dachte echt... Komm zu Dogme-Poo. Du stehst immer so komisch. Ich dachte echt, er ist bestechlich. Aber dass sie das ist... Krass. Autsch. So, wie komme ich jetzt hier... Oh. Nein. Ähm. Ich will hier durch. So. Wer hat wirklich die Macht in Diamond City? Wir erfahren es in der Public. So, wir gehen sehr lang. Wer braucht einen Nachstich? Jeder. Glaubt, trete näher. So. Security. Lass euer Team nicht hängen. Kauft ein Schlagholt. Ähm. Und dann ging sie hoch. Ok, wir haben den Schlüssel, wir kommen auf jeden Fall jetzt in das Haus von Kellogg rein. Äh. Entschuldigung. Ähm. Und dann werden wir mal gucken, was uns hier... Hast du den Schlüssel? Ja. OK, dann los. Die Ehre überlasse ich dir. Ja, ich habe ja auch den Schlüssel besorgt, mein Lieber. Dann habe ich auch die Ehre. Okay. Die Munition gehört mir. Den meisten nehme ich. Gut. Schau mal. Ja, da bin ich gerade dabei. Okay. Oh Mann. Fusionskern. 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 Wie geil ist das denn? Sieh dir das an. Ein Schatz für jeden Söldner. Sehr zu viel geile Sachen hier. Mist. Schraubenzieher. Was haben wir hier? Gwyneth Stout. 44er Patronen. Und Zigarren. San Francisco Sunlights. Interessante Marke. Das allein hilft uns aber nicht. Das ist ein tolles Zeug. Wie sieht mein Gewicht aus? Wir machen es anders. Weg. 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 Ich will dieses ganze... Rotanzug ein Gewicht. Und hier abgewächster Filzhutern kommen. Auf zwei. So. Ich will dieses ganze Zeug hier haben. Das lasse ich später gut verkaufen. Auf jeden Fall. Zuckerbomben will jeder haben. Nein. Tja. Dogmeet scheint scharf auf den Job zu sein. Lass ihn doch mal schnüffeln. Vielleicht kann er die Fährte ja aufnehmen. Bevor du dich auf den Weg machst. Ich weiß, dass das was Persönliches ist. Wenn du dich Kellogg allein stellen willst. Sag das einfach. Ähm. Nee. Du kannst... Komm gerne mit mir. Ich will, dass du mir zur Seite stehst, Nick. Okay. Schnappen wir uns den Bastard. Ab jetzt ist das deine Show hier, okay? Du sagst spring und ich sag wie hoch. Okay. Ähm. Warte. Äh. Warte. Äh. Warte. Ich... bin... mit einem überladen. Ähm. Ähm. Oh, ich hasse es. Ich tut mir leid. Ich kann nicht da... Geschmeißen jetzt das lässige Outfit. So. Wir machen doch noch was aus dem Commonwealth. Was haben wir denn hier? Aufbereitetes Wasser. Das brauche ich wirklich. Ups. Das war kein aufbereitetes Wasser. Das benutze ich. Haben wir hier sonst noch Kaugummis? Okay. Ich komme. Ist doch mit? Wie können wir los, ne? Ist doch mit schon draußen? Oder wo war jetzt der Hund? Oder der ist noch drin und ich muss ihn jetzt essen? Ich hoffe, der Hund ist draußen. Ich habe jetzt keinen Bock, noch mal durch die Tür zu laufen. Hm. Ladebildschirm. Ja. Sehr schön. Hier, komm her. Hast du eine Pferde? Hast du was gefunden, mein Junge? Okay. Erster Hinweis abgeschlossen. Nein. Stopp. Kommst du mit? Ja. So, warte. Stopp. Wir haben Handwerker Waffen. Ja, ja. Komm her. Du brauchst was zum Schutz. Nein. So wie jeder andere auch. Ja, mach hinne. Ich bin auf dem Sprung. Dann lass mal sehen, was du so hast. Vergiss nicht auf. Ich bin nur auf dem Sprung und muss mein Inventar etwas. Elf Stück. Echt jetzt. Die können wir alle weg. So, Baseballschläger weg. 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 Nein. Ach, das für meine Leuchtpistole. Die will ich behalten. Das ist ja die von dem Minutemen. Maschinenpistole können weg. Planke und gehärtete Entbruch. Und dann kannst du noch hier das nennen. Das. 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 Palettenkleid weg. Das kannst du eigentlich auch haben. Dann würde ich mal sagen, das ist okay. Ja, ja, komm her. Okay. Schätze, wir können insgeschein. Wir kennen uns ja schon. Ich habe ein paar Minuten um mir. Hier. Aber sag. Ich habe nicht Schrott gesagt. Äh, Waffen. So. Die behalten wir nochmal. Die kann weg. Die behalte ich nochmal. Weg. Weg. Behalte ich. Was haben wir hier jetzt noch? Hier. Raider Rüstung. Subgeputze. Blauer Anzug. Den Smoky behalten wir. Davon verkaufen wir mal. Eigentlich können alle weg, ne? Weil wir sind Wolt 111. Ach, einlassen wir. Verblasster Trenchcoat. Den haben wir ja geschenkt bekommen. Oh. Behalten wir. Behalten wir. Gut. Dann gucken wir mal, was hast du denn hier noch? Dann. Kannst du haben. Kannst du haben. Kannst du haben. Das behalte ich. Insta-Toree kannst du haben. Kartoffelschips. Kannst du haben. Äh. Meierlöck. Fleisch. Aber warte mal. Wir haben doch hier Nuka Cherry. Orange Mentals. Das behalten wir. Red Away Süßkuchen und Zuckerbomben. Nein. Wir wollten so. Gut. Weiter geht's. Ich bin da. Also Nick ist ein guter. Das ist schon mal schön zu wissen. Und wenn das die Diamond City Wache sagt, dann hat das natürlich was zu bedeuten. Mal gucken, was wir bezüglich Kellogg finden. Wie weit Dogmeet uns da helfen kann. So. Ladebildschirme. Ich liebe ihn. Level 13. Das heißt, wir haben auch wieder Punkte zu vergeben. Hm. Ich bin am überlegen. Ganz ehrlich. Ich hätte gesagt, einmal in starken Rücken. Das mache ich sowieso. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Punkte wir haben. Ob wir jetzt nur ein oder zwei. Ob ich nochmal in Waffenfreak den einen Punkt setze. Weil ich brauche definitiv ein anständiges Visier. Und ich möchte gerne das Leuchtvisier. Und das geht glaube ich erst mit Waffenfreak 2. Daher, weil ich bin echt ganz schlecht im Zielen, wenn ich überhaupt kein Anzeichen habe, wo... Au, 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 au. Leck. Netzwerkprobleme, ja. Wird sich gleich wieder ergeben. Also beheben. Und ergeben. Was hast du was gefunden, Dogmeat? Wo lang? Da. Was ist da? Na los. Na los. Ach, Dogmeat ist schon ein toller Hund. Nein. Weiterlaufen, Dogmeat. Weiterlaufen, weiterlaufen. Wir halten nicht bei den Supermuttern an. Komm. Wo ist Nick? Okay. Ich hoffe nicht, dass er sich hier nimmt. Ah. Komm. Und leuchten wir. Ach, ich dachte, der wird weg. Ah. Was geht ab? Na, ich will den anderen. Genau. Warte, ich brauche das ganze... Oh, nukleares Material. Ja, ich brauche hier das ganze Fleisch und so. Warte. Einmal speichern.